Hallo, mein Name ist Matthias Hoffmann. Ich heiße Sie willkommen zu einem neuen Video von Mammut Offroad und der Ranger Garage. Heute zum Thema Sportauspuff beim Ranger. Ich bin mir bewusst, dass es ein Nutzfahrzeug ist und dass ein Nutzfahrzeug eigentlich mit dem Sportauspuff relativ wenig gemeinsam hat. Aber dennoch gibt es Anfragen, ob man den Klang vom Ranger nicht verbessern könnte. Man muss leider sagen, kann man nicht. Das Einzige, was es gibt, sind diese Sidepipes, die rechts und links rausgehen. Schaust du mal, ob du das drauf bekommst? Sorry, wenn es ein bisschen wackelt, aber wir sind keine Kameraspezialisten. Wir verstehen nur was vom Ranger. Und so sieht der in der Nahaufnahme aus. Also wir haben zwei Auslässe. Also sie funktionieren auch beide. Es ist kein Blindrohr dabei und haben einen Durchmesser von 90 mm und sind rechts und links sind die gleich. Und ja, es ist ein optisches Highlight. Also es sieht so ganz gut aus. Aber wie gesagt, die einzige Möglichkeit, um Klang beim Ranger zu erzeugen, ist der Einbau eines Soundmoduls. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite, um das ein bisschen zu zeigen. Sorry, es wackelt wieder ein bisschen. Und ist aus Edelstahl der Auspuff. Und wie gesagt, zweiflutig auf jeder Seite. Und es wird ausgeliefert mit TÜV-Gutachten. Und so sieht er auf der anderen Seite aus. Und also macht optisch einen guten Eindruck. Und kommt auch gut an, egal wo man auftritt mit dem Auto. Ist aber rein, was das Offroad-Fahren angeht, ist es ein Nachteil. Muss man ganz klar sagen. Weil, wenn man durch über Steine fährt oder über Baumstimme oder ähnliches, ist es natürlich, ist es natürlich schneidet die Bodenfreiheit ab. Das ist leider ein Nachteil. Aber da muss man schon sehr ins Gelände fahren, damit das ein Problem wird. Ist ein relativ gefragter Artikel. Es gibt immer wieder Kunden, die dir nachfragen. Und dann haben wir gedacht, machen wir ein kurzes Video und dann erkennt man es vielleicht ein bisschen besser. Und zu unserem Online-Shop, den Link dazu, der befindet sich in der Videobeschreibung. Einfach unterhalb vom Video draufklicken. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.